Hallo ihr Lieben, ich habe schon ewig lange kein Vlog mehr gemacht und ich muss gerade aufpassen, dass ich nicht mal in die Kamera schaue. Ich habe eine neue Kamera und ja, die eignet sich natürlich perfekt zum Vloggen und deswegen werde ich das heute auch machen. Und ich nehme euch mit zu einem ganz besonderen Event, was ich schon im fünften Jahr jetzt veranstalte. Ein historisch inspiriertes Picknick oder auch ein dunkelromantisches Picknick. Und was das genau ist, das werdet ihr nachher sehen. Bis später! 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 so gemacht. Das seht ihr so ein bisschen. Ich muss da so ein bisschen an Aria aus Game of Thrones denken. So, ich habe mich da noch etwas nachgestalt und wir packen noch ein bisschen Essen ein und dann fahren wir los. Da ist die ganze Gruppe von Picnic. So schön sehen sie aus. So hübsch, ich muss mich auch gleich aufs Foto sammeln. Der Tommy ist ein ganz schlimmer. Da hört ihr los. Sind wir Hunde oder was? So, da sind wir und das Gruppenfoto ist fertig. Wir haben alles überstanden. Man sieht so wunderhübsch aus. Sagt die schönste Frau. Gar nicht wahr. Das ist die Becky und sie sieht auch wunderhübsch aus. Da sitzt der Tommy und da ist die wunderhübsche Kerstin. Hallo Kerstin. Fängst du Pokémon? Ja, wir spielen alle Pokémon Go. Team Gelb. Team Gelb. Was? Du bist Gelb. Wie kannst du bloß? Wie kannst du bloß? Ich bin rot. Das sieht nämlich auch sehr schön aus, was ihr anhabt. Richtig hübsch. Ja, bei dir habe ich auch schon so die Kette bewundert, aber das Kleid ist auch so schön. Das mag ich auch total. Der Print ist richtig schön. Und was macht ihr? Was macht ihr? Über Dreadlocks reden. Was? Über Dreadlocks reden. Ah, Dreadlocks. Das ist ja lustig, weil ich habe Dreadlocks da am Wochenende, am Sonntag. Dreadlocks? Mit der Person dran oder oben? Nein, bloße Dreadlocks. Ja. das ist Quartiere. Ladena ist der Akkuspiele, ich weiß nicht wie lange die Kamera noch macht. Hoffentlich warst du hier noch ein bisschen... Aber ich wollte hier noch ein paar Leute zeigen. Ich gucke einfach in die Kamera vor schlimm, ich kann gar nicht die Kamera sehen. Das ist aber ein Haar, ist auf jeden Fall auch super heiß heute. Guckt in die Linse, in die Linse gucken. Super heiß heute, war auch richtig schön. Ich freue mich auch wieder, dass du das eigentlich gedeutet hast. Alle sehr schön eingezogen. Sehr schönes Spielzeug, ja. Sehr cool. Es muss ja laut sein, oder? Aber ich mag sein Outfit auch total. Richtig cool. Sehr schön. Aber das ist einfach eine umgebaute Spielzeugwaffe, oder? Bis zum nächsten Mal.